Kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy-Redaktion. Boris, warte mal kurz. Der Felix Möse hat gerade angerufen. Der braucht noch einen Gag zum Skispringen. Am Wochenende ist es in Willingen Weltcup. Ja, da kommt er wieder früh. Ja, habe ich auch gesagt. Die Wasserkuppe hat sich ja auch um die Austragung des Weltcups bemüht. Die waren aber schanzenlos. Skischanze, verstehst du? Ja, ja, ja. Haben die nicht. Der ist aber stark. Aber pass mal auf, Dirk. Wir könnten ja auch die drei besten Filme zum Skispringen machen. Okay. Auf Platz Nummer drei James Bond, Goldspringer. Auf Platz Nummer zwei Die Blue Ski. Und auf Platz Nummer eins Good Willing and Hunting. Da hast du aber nachgedacht. Ja, kann man mal bringen. Richtig gut. Oder wir machen einen mit Felix. Wenn der Felix zum Skispringen fahren würde, wäre er ein Hingucker. Frag mal, wieso? Wieso? Niemand ist dort so heruntergekommen. Da ist es. Ja, machen wir Schluss mit lustig. Genau. Händlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy-Kenner. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. Ja, machen wir los. Ja, machen wir, los. Ja. Okay. Ja.